Also Jückel-Welt ist eigentlich total geil. Aus einer Konzienssicht kostet es fast nichts. Das Coole ist, wir haben schon alles. Wir haben die Leute mit guten Ideen. Wir haben eine Methode gefunden, wie man es schafft, einen Freiraum zu schaffen, dass aus einer Idee auch ein cooles neues Geschäftsfeld werden kann. Wenn man es zulässt, erstmal auszuprobieren, zu experimentieren und zu schauen, funktioniert es eigentlich, was ich mir überlegt habe. Wir haben die richtigen Leute an Bord und wenn wir es schaffen, die richtigen zu identifizieren, dann kriegst du eine Idee an den Start. Und wenn die Idee nicht funktioniert, dann kostet es dich eigentlich nichts. Also unterm Strich können wir eigentlich nur gewinnen. Und let's go for it! Mit Untertitelung im Auftrag des ZDF, Vielen Dank.